Steildach ist mehr als ein simples Dach. Ich denke mal, dass das Steildach natürlich ein Potenzial mit sich bringt, weil es sozusagen nochmal eine neue Dimension in den Innenraum bringt. Dachkult meint, es ist wieder Zeit, über die Urform des Daches und eine neue Baukultur nachzudenken, die Tradition und Neues miteinander verbindet. Einfach ein Stück Bautradition, die ja hier in Mitteleuropa seit jeher gebracht ist, das Steildach aus funktionalen Gründen auch in einen zeitgenössischen Kontext zu übersetzen. Dass das Schrägdach neu gedacht wird, eben in vielfältigster Form und Weise. Und ich denke, die fünfte Fassade als allgemeines Thema, vor allem im Städtebau, wird immer wichtiger. Schrägdach Schrägdach Schrägdach